Hey, Hundi, kann man die Zukunft ändern, wenn man sich ganz doll anstrengt? Sag mal, Hundi, kannst du noch rennen? Entschuldigung, Mama. Aber Anja ist da was eingefallen. Papa hat vergessen, Klopapier mit aufs Klo zu nehmen. Die Kacke ist am dampfen. Anja geht nur schnell und bringt ihm Klopapier. Moment mal, Anja! Sie kann doch nicht einfach wegrennen.